Und jetzt ein Quick-Tipp aus dem Buch zur Kamera. Heute geht es um den Filter Fisheye-Effekt mit der Canon PowerShot G1X Mark III. Mit den Spezialeffekten werden Fotoaufnahmen anhand vorgewählter Filtertypen mehr oder weniger stark verfremdet. Um die Spezialeffekte anzuwenden, drehen Sie das Moduswahlrad auf das Symbol Szene-Modus. Tippen Sie dann oben links am Monitor auf das Programm-Symbol und wählen Sie anschließend den gewünschten Effekt aus. Dies können Sie auch im Aufnahmemenü 1 bei Aufnahmemodus erledigen. Beim Fisheye-Effekt wird die Mitte des Bildes konzentrisch nach außen gewölbt. So entsteht der Eindruck, das Bild sei mit einem extremen Weitwinkelobjektiv aufgenommen worden. Solch ein Objektiv nennt man auch Fischaugen- bzw. Fisheye-Objektiv. Bei diesem Filter können Sie über das vordere Wahlrad oder durch Antippen der eingeblendeten Schaltfläche drei verschiedene Stärken einstellen. Bewegen Sie die Kamera ein wenig hin und her, um zu sehen, wie sich die Wölbung auf verschiedene Motivelemente auswirkt. Das war ein Quick-Tipp zu Ihrer Kamera. Viele weitere Tipps und Anleitungen finden Sie in unserem Buch. Der Link unter diesem Video bringen Sie direkt in den Online-Shop des Bildner Verlags. Hier gibt's das Buch auch als E-Book und als Set, also Buch plus E-Book. Also am besten jetzt gleich bestellen, sofort downloaden und loslegen. Holen Sie jetzt das Beste aus Ihrer Kamera heraus. Viel Spaß dabei!